Endlich wieder eine normale Map Dankeschön, wollte ich gerade sagen Ich nehme mal wieder Hibana Warte, dann nehme ich Thatcher, wenn du Hibana nimmst Warte, dann nehme ich anstatt Back-Termit mit Das ist nämlich hier Pflicht Gib mir die Entschärfer Ich nehme mit und werde entschärfen die Bombe Dann du machen Weil eigentlich im Rang soll ein Team aus Thermite, Thatcher, Hibana bestehen Fest Und die anderen zwei kann man hin und her switchen Variieren Flash Twitch, Blackbeard, Bug, Slash Am besten dann Leute wie Capitao und Ash zum pushen Ja oder Ash, aber Capitao bei Bombe ja Bei Bombe auf jeden Fall Nur bei Bereich Sicher würde ich sagen Nein Also wegen der Armbrust würde ich sagen Bei Bombe ist der unentbehrlich als Pusher Ja Bei Bombe auf jeden Fall Der kann zwei Leute festsetzen oder sogar töten mit der Wegen der Pune, ich gerade gesagt Wir haben einen Rekruten, Alter Scheiße ist aber nur, dass er nur eine oder zwei Flamme hat Und das ist das Baster Aber damit kannst du viel reißen Ich wollte sagen, wenn man die einsetzt, damit kannst du ja Wege blockieren, ne? Über Zeit Das ist heftig Weil du musst dann damit dir noch nicht mehr jemanden killen Du musst einfach nur dafür sorgen, dass die Leute da Entweder nicht durchkommen oder durchkommen und massiv Schaden erleiden Das Geile ist, du kannst auch einfach grob neben einen schießen Und wenn du Glück hast, fängt der an zu brennen Ja Wunderbargarage Ja Deswegen haben wir Störmacht mitgenommen Ja, Garage Ich frage mich echt, warum immer immer oder seit kurzem immer Garage als erstes Spot genommen wird Und zwar da hat er mich immer so der letzte Spot Okay Wer ist der letzte? Weiß ich nicht Pass auf Spawn-Trap auf Könnte vielleicht schon jemanden in die Bomben sein Läsion ist der letzte Okay Ich renne mal kurz durch, Sekunde Okay, Mira hat die Mira Fenster gesetzt? Ja Ja, noch nicht werfen, Sekunde Ich setze noch eine Klima, damit wir nicht von hinten überrascht werden Ja Ja Ich schreibe dich in die Gotze Doch, das ist das Ich schreibe mich Ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich bin jetzt oh fuck oh ja bin ich geil Mira ist direkt im Raum daneben dran Rente doch die Scheiße Ja weiß ich nicht, ist da im Raum dem Mann soll an der sein ne? Toll! Direkt neben mir! Is yours down! Danke! Oh da ist ein Beinkiller, aimt zu uns Da ist dann gefundetest Beide stehen hier Der eine sitzt direkt neben der Treppe Okay Okay das war sinnlos gerusht Das war Mira Okay der letzte Smoke Und der sitzt bei der Treppe bei B Ja genau Halt hoch ohne die Treppe Jawoll Oh geil Sehr schön Guck mal wie präzise der war Tak tak Weg war der Verdammter Wallhacker Ey die Die geile Map Und die Geile Pistole Das geile Gewehr zusammen Alter und ich bin fucking glücklich Kann ich mir erst mal direkt einen drauf keulen ey Mach Ach du krieg der Bennett das geschissen Na naja Ja sonst hätte ich den Ja sonst hätte ich den Ich hab mir heutzutage überlegt ne Ob ich jetzt ein paar stunden lang meine Rechner laufen lassen soll Hier von wegen Rändern und so Und dann dachte ich mir ne Hey Da ist drauf Ich mach das erst im neuen Jahr Ja Oder so Ich hab äh 12 Ich hab über die 10 stunden wo ich jetzt auch nicht so aus war 12 Folgen Ja Keiner hat gelesen Die Doch hab ich Doch nicht dazu machen Nicht dazu machen Oh Nein Du nicht Ich mein den Doch Machen wir schnell die Luke Jo Au Ja natürlich haben die Twitch Habt ihr die Drohne? Hey Red ich mal gar nicht Ja Ja Bitch Drohne ist down Nice War dann die zweite he Ja Time to redecorate Okay Oh kacke Nice Oh nein der Doc hat das Fenster aufgemacht Pass auf Leute B ist down und Sledge Ich bin down Twitch kommt von hinten Bei Bombe B Scheiß Dreck Bitch ist verletzt, hol sie dir Bitte hol sie dir, irgendjemand Wo ist sie dann? Der Scherfer liegt da Bei B in dem Flur Aufpassen, dass die große Tür wird abgeämt Kannst verhessen, nein zuhören Die wird wieder gold Scheiß Dreck Warte, nicht peaken, nicht peaken Warte, warte, warte Warte, warte Ja, ja, ja Nicht mehr peaken, bitte Der muss sich bewegen Den Scherfer hat er schon mal? Wow Alter Wunder endet unentschieden G, G, dazu sage ich G, G Das war geil Wild West hier oder was? Das sieht man selten Das stimmt Danke Und ich hab's auf Aufnahme Willkommen auf YouTube Hey YouTube Habt ihr's gesehen? Ich hab's gesehen Unentschieden Ich geh zwar spontan davon aus, dass keiner guckt Aber ja YouTube hat's gesehen Ich werd's auf jeden Fall gucken, dann werd ich's sehen Ja, kein Ja Ab Montag geht's los Seid drauf gejisst Ja Seht ihr das? Ja Ja Gein Ich muss, ich muss momentan noch ein Infovideo aufnehmen und dann, äh Geht auch der neue Flugplan direkt ab morgen los Ab, äh, Montag meine ich Aber alter, ein Unentschieden Das fand ich noch nie Schau mit der Garage Das ist heftig Schwierer Garage Die wollen's wissen, wa? Kampf um die Garage Hoffentlich ist ein Thatcher dabei Ne, wir haben heute, wir haben wieder wildkürtisch gepickt Ja, ich hab nicht mit Garage gerechnet, muss ich ehrlich sagen 5 Sekunden zur Insertion Ja 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 Das wary Das war ich jetzt oh man nebenraum ist der kleine nebenraum ist beendet acht jäger was noch ein kleines wieder einer ich glaube das immer noch jäger oder jemand anderes auf jeden fall bei bombe b durfte sogar hinter dem hinter der bombe sein selber mutter ist im kleinen raum und hinter den grünen müllcontainern ist jäger der sammler der ist an der garagentür ok alles klar mutter im kleinen raum sehr geil so ich hoffe ich konnte helfen auf jeden fall erst mal betreten okay wir haben zwei nuller im team und wir haben trotzdem schon drei und für uns geil jetzt müssen wir mit ziehen kommen geht mal mit der garage ich bin am überlegen was ich gerade noch mal garage einer hat mal mute genommen oder so ach brauchen wir nicht ok wir haben kein bandit das könnte jetzt wies werden ich mach mal luke kommt hier mal weinkeller zu machen ich bring dir jetzt noch eine wand ich mach nur gerade die luke ja eine wand wäre für weinkeller perfekt eine wand hast du das dauert immer so ewig lange alles am ausbruch erste schockdrohne down geil ich hab noch eine wand wohin damit ich hab noch eine wand wohin damit oben lobby okay ich bin tot weite twitches down setcher kommt von vorne ja und ibana kommt von der garage okay eine garagenhälfte war nicht verstärkt der vorne am garagentor sind minimum zwei leute ich hab noch zwei gezählt ok scheiße da oben war einer und ich bin in die mine gelaufen toll einer ist drin bei b ja hätte der mülltonne alter was machen denn die beiden typen eigentlich das war ein kill egal ich freue mich muss ich zugeben ja ich freue mich ja auch dass sie endlich anfangen was zu tun ja achsel guckst du kaminflur die kämpfe drauf ist ja bin grad garage ja doch sophia noch wer ist der andere hat schon gesehen keine ahnung lass uns mal ein bisschen auf den camps verteilen dann passt das schon unterstützt mach mal so ja sehr geil sehr geil wieder meine falle ja sehr sehr schön danke danke bifurin oder lukas deus wult ja lukas was denn bifurin meine falle im ding bei diesem loch ja das ist echt der hammer du hast da irgendwie drauf ey keine ahnung ja du hast da von raus und ich weiß auf Bis zum nächsten Mal.